In diesem Video geht es um die besten Feldbetten. Der Qualitätssieger in unserem Feldbett-Test geht an das Tresco-Feldbett. Schlaflose Nächte auf unbequemen Isomatten oder Luftmatratzen sind vorbei. Nehmen Sie einfach Ihr Bett mit in den Urlaub, Festivals, Angeln oder ähnliches. Denn auf diesem Bett fühlen Sie sich wohl. Die Bespannung ist weich und reizt nicht die Haut. Die Metallprofile quietschen oder knarren nicht, was sich auf einen ruhigen Schlaf auswirkt. Durch die mitgelieferte Tragetasche können Sie das Bett schnell verstauen und überall mit hinnehmen. Das Simple Club System ermöglicht einen Aufbau innerhalb von wenigen Minuten. Den besten Preis findest Du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Songmix GCB20HB1. Die Liegefläche, die mit 34 hochqualitativen Federn verspannt wird, ist äußerst robust und widerstandsfähig. Sie sorgt für einen hohen Liegekomfort. Aus dickem Schaumstoff und Polyester, unten mit wasserdichter Beschichtung in Silbern ausgestattet, kann man mit vier Gummibändern auf der Campingliege einsetzen und befestigen oder bei Nichtgebrauch leicht abnehmen. Durch das robuste Rahmengestell und Beine aus hochwertigem Stahlrohr, die mit T-Beschlägen verstärkt sind, steht das Feldbett besonders fest und stabil. Gewährleistet maximal statische Belastung bis 260 kg geprüft vom TÜV Rheinland. Die 200 x 74 cm große Liegefläche ist aus 600 D-Oxford-Gewebe gefertigt. Deshalb ist sie reißfest, langlebig und feuchtigkeitsbeständig. Verwenden Sie die mitgelieferte Seitentasche und bewahren Sie Ihre wichtigsten Dinge in Reichweite auf. Bei Nichtgebrauch einfach zusammenklappen und in der Tragetasche verstauen, Größe zusammengeklappt 100 x 74 x 12 cm ein perfekter Begleiter für Ihre Outdoor-Aktivitäten oder zum Übernachten für Notunterkünfte. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Feldbett-Test ist der Songmix GCB21L, aus mit PVC-beschichtetem Oxford-Gewebe 600D, äußerst reißfest, widerstandsfähig und feuchtigkeitsbeständig, Maße der Liegefläche 210 x 72 cm. Das ganze Rahmengestell ist aus solidem Eisenrohr, Wandstärke, 1 mm, gefertigt, mit T-Beschlägen verstärkt und durch die X-Form der Füße abgestützt, ein sicherer Stand der Campingliege wird dadurch gewährleistet, mit Anti-Rutschkappen an den Füßen, sorgt für mehr Sicherheit, aus solidem Metallrohr ist die Campingliege besonders robust und stark. Zudem hat die Liege den Belastungstest des TÜV Rheinland bestanden. Die maximale Belastbarkeit beträgt 260 kg. Zum Transport oder bei Nichtgebrauch einfach zusammenklappen und in der beiliegenden Tragetasche verstauen, Maße zusammengeklappt 103 x 15 x 10 cm. Das Campingbett dient zu Hause gut als Gästebett, ist auch der perfekte Begleiter für ihre Outdoor-Aktivitäten oder zum Übernachten für Notunterkünfte, Erste-Hilfe-Camps oder den Katastrophenschutz. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.